freunde willkommen zurück auf meinem kanal mein name ist dennis aus hamburg immer noch jetzt gesehen das ist die frage der fragen und der fragen der überfragen weil ich bekomme so viele fragen über diese dürfte immer noch so viele jahre ich das mache die frage ist funktioniert noch funktioniert blöde chanel oder quid aventus so das ist die frage also funktioniert es oder funktionieren die 2023 noch so vorweg sie funktionieren grundsätzlich alle noch das sind einfach nicht nur bestseller in den charts oder bei douglas oder wo auch immer sondern sie sind und sie funktionieren einfach frauen mögen diese drei dürfte definitiv sie werden auch die nächsten jahre noch weit oben mit schwimmen denke ich mal so und wer ist aber jetzt der bessere wer schneidet am besser das ist natürlich von person zu person verschieden also ich kriege von jeder habe von jedem ein kompliment bekommen bei den anderen wissen mehr bei den anderen wissen weniger ich kann also nur die erfahrung von mir jetzt sagen und natürlich von ein paar kumpels die auch diese dürfte natürlich logischerweise schon getragen haben oder auch selber haben fangen wir mal mit die ohrzerwasch was soll ich sagen die ohrzerwasch ist nicht nur der johnny depp duft habe ich lange nicht so erwähnt sondern es ist einfach ein frischer geiler sportlicher duft frauen lieben frische dürfte an männern das ist fakt dass ihr ihr habt ja mal video letztens gesehen ich habe ja so ein problem damit dass weil man nur noch über zieler schon hyperkeit redet also ich verstehe dass dass man das mal machen kann aber es geht nur darum oder viele haben es auch nicht ganz begriffen das video es geht darum dass nur noch über hyperkeit und silage geredet wird sondern gar nicht mehr über den duft natürlich kann man mal darüber reden aber nicht nur erzählt mehr die hyperkeit als sie als der duft selber darum ging es nur nebenbei noch mal und hier das ist die alte version noch die hält über 13 stunden hat eine extrem starke ausstrahlung frisch duschgeld duft von aller feinsten der die ohrzerwasch meiner meinung nach funktioniert er immer noch sehr gut und kommt immer noch sehr gut an natürlich sind da zwei drei frauen die die nicht mehr riechen können das ist aber auch ganz normal das ist auch nicht so schlimm das ist bei einem blöde chanel schon mal anders also da habe ich keinen der sagt ich kann den nicht mehr riechen dass da ist nicht schlecht und auch hier habt ihr eine sehr geile frische ein bisschen anders hier ist die holzigkeit noch dabei auch hier die alte wieso ich weiß nicht ob die neue version formuliert worden ist ob das schlechter geworden blablabla keine ahnung auf jeden fall dieser duft funktioniert einfach bestens einfach bestens und kommt richtig gut ich habe noch niemanden und auch noch keine frau gab die gesagt hat nee so und hier haben wir den selbsternannten king oder von vielen der king für mich jetzt nicht aber es ist trotzdem immer noch ein geiler duft ananas leider nicht mehr rauch ich hält leider nicht mehr ganz so lange aber hält trotzdem für andere sehr lange für einen selber leider nicht und was eigentlich das schlimmste an der ganzen geschichte ist dass das rauchige weggenommen ist die dna diese ananas dieses cremige kriegt auch nur das original hin aber ja und da frauen stehen auf diesen aber da auch oder beziehungsweise es gibt einige frauen die den nicht mehr richten können aber auch viele männer die diesen nicht mehr riechen können und deswegen ja habt ihr eigentlich schon den gewinner erraten können und das ist blöde chanel in meinen augen weil es funktioniert einfach der ist mit anzug immer noch gut zu tragen unterwegs auf geschäftsreise bei dates er funktioniert einfach weil durch diese heutzigkeit und die frische ist er einfach noch ein bisschen besser als vielleicht dieser inzwischen ich will das jetzt nicht ganz so schlimm sagen plumpe zur wasch aber im endeffekt auch nicht oder eben nur ja der dosenöffner wie manche auch gesagt haben ja das ist da ist was dann das funktioniert er funktioniert alle funktionieren immer noch sehr sehr gut aber ich bin der meinung blöde chanel also wenn ihr jetzt noch überlegt den duft zu kaufen bin ich der meinung holt euch blöde chanel der funktioniert in allen bereichen sehr sehr gut und ja ja hat einfach diese frische und ja der ist natürlich auch gut das ist klar also aventus ist aventus aber wie gesagt alle drei sind 2023 fahrt sind also noch tragbar sehr gut in meinen augen und hört auch nicht an der stelle dass sie an jeder ecke zu riechen sind auch quatsch und es sei denn was immer ständig ein mitarbeiter okay aber draußen ganz ehrlich hatte ich auch schon mal drüber geredet ist mir selbst verwaschen nicht wirklich so oft entgegen gekommen genauso wie zum beispiel bagger rouge immer erwähnt wird das ist extrem den richtig überall ach kommen leute glaubt das nicht immer alle und macht euch nicht zum kopf funktionieren alle auf jeden fall noch wunderbar und ja schreibt mal runter ob ihr noch welche von diesen drei benutzt und wenn welchen welcher ist euer favorit aktuell 2023 und dann sehen wir uns bald wieder macht's gut weiter Bis zum nächsten Mal.